Hallo liebe Leute, ich habe einen zweiten Lustige Witze-Kanal gestartet. Er heißt Funny Jokes, quasi eine Bonus-Folge Lustige Witze, jeden Freitag um 17 Uhr, auf Englisch. Das mit meinem Englisch klappt auch schon sehr gut, denn... Mein E-Mail-Passwort has been hacked. That's the third time I've... Scheiße. That's the third... Oh Mann. Mach du mal. Scheiße. Das verkackt ja schon. That's the... Guck mal, jetzt... Ich staufe mich auf, weil du gestoppt bist. That's the third time that I ha... Oh mein Gott, warum that? That's the third time I have... Oh mein Gott. Ich lasse das Format einfach. Ich lösche den Kanal wieder. Ihr könnt ja gleich mal reinschauen, like und kommentieren, ob es euch gefällt. Natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung, gleich in der Endcard oder hier oben im i. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der deutschen Folge. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Gestern einen Mann gesehen, der im Kinderwagen eine Kiste Bier transportiert hat. Hinter ihm läuft das heulende Kind. Papa, ich bin müde. Der Papa daraufhin, Max, du hast Beine zum Laufen. Die Flaschen nicht. Mein Hamster hat eine Bindehautentzündung. Hm. Die Salve kostet 18 Euro. Ein neuer Hamster 8,50. Kennt ihr das, wenn man noch 500 Dinge erledigen muss und wie ein Reh vor dem Scheinwerfer mit Kaffee in der Hand auf der Couch sitzt und euch nicht rührt? Fakt ist, jeder hasst den zweiten Scheinwischer, der diese perfekte runde Linie des ersten zerstört. Sag Stopp, wenn du genug Käse auf der Pizza hast. Hm. Der Käse ist gleich leer. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich war mal süchtig nach Handtüchern, aber jetzt bin ich zum Glück trocken. Falls mich jemand sucht, ich gehe mal eben den Bach runter. Ich finde, man sollte eine pinke Karte beim Fußball einführen. Für pussyhaftes Verhalten. Meine Tochter kommt genervt von der Grundschule nach Hause. Menschen sind so nervig. Ich lege mich jetzt hin, schaue Serien und will von niemandem mehr etwas hören, bis ich schlafe. Sie werden ja so schnell erwachsen. Dieser Moment, wenn du ganz gechillt das Auto mit der linken Hand lenkst, bis dir klar wird, dass dein Leben an einem Körperteil hängt, mit dem du nicht mal Suppe essen kannst. Das passt so gut. Es gibt derzeit Probleme mit meinem Online-Banking. Jetzt muss ich Überweisungsträger ausfüllen oder Schalter abgeben, wie so ein Tier im Wald. Weniger ist mehr, gilt nicht für Penis, Brüste, Gehalt, Sex, Zeit, Männlichkeit, Frieden, Glück, Hirn, Humor, Zeit und Nutella. Mein Herz klopft wie wild, wenn ich meine Freundin sehe, denn sie wohnt im fünften Stock und ich bin fett. Prüft die Kassiererin vorhin mein Geld wirklich auf Echtheit? Wenn ich wüsste, wie man Geld fälscht, dann würde ich es bestimmt nicht für Ja, Fischstäbchen und 2 Euro Wein ausgeben. Und der Kommentar der Woche aus Folge 205 ist von I Love Crappy Pasta. Schwarzer Humor. Was ist der Unterschied zwischen einer Zigarette und einer Schwiegermutter? Bei der Zigarette sind die ersten Züge die besten, bei der Schwiegermutter die letzten. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche Folge 206 zu werden. Haut raus, bis nächste Woche. Daumen hoch und like und abonniere. Like und abonniere, YouTuber. Daumen hoch und abonniere. Like und abonniere. YouTuber. YouTuber.